Ich sag dir, da trittst du nur einmal ganz vorsichtig aufs Gas und BANG hast du die Schallmauer gebrochen. Der Team, das ist ein echter Spinner. Ja, ewig bekifft, faul wie ein, wie ein, was weiß denn ich, wie faul der ist, du? Eigentlich heißt der Dirk. Ach, meine Mongo aus der Nachbarschaft, die konnte seinen Namen nie richtig aussprechen, verstehst du? Und deswegen heißt er bei uns einfach Keg. Keg, ja. Aber lass mal stecken. Bist du sicher, dass das nicht wieder so ein alter, schwacher Blindgänger ist wie das letzte Mal? Zufrieden? Die Olle war ja schäbig wie die Nacht, ne? An die Schrauze! Nein! 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 Alles klar? Ich hatte das Gefühl, man... So eine Blickpfote mit Tresor im Schlepport macht den nicht so gut! Aua! Au! Au! Ich fertig hab denn jetzt keinen Seitenspiegel dran! Manuela die alte Nutte ist abgehauen durch Vietnam. Ich muss doch deinen blöden Schwanz in meinen Ball reinhalten. Jaworski, du hast doch vor zwei Tagen ausgebrochen. Ich habe seine Kohle auf der Pferderennbahn verleuchtet. So ist das Leben, Asche zu Asche. Ich bin ja gerade selbst was am Planen dran. Ein todsicheres Ding. Die Reise eröffnet. Ich bin genau zu dem richtigen Zeitpunkt ausgebrochen. Wie, du bist durch die Gegend gefahren und wirst gesucht, Mann. Ich muss das Fahrzeug ausprobieren. Fester Aufbau von der Schirrgesuchter. LH15, ein geschichter Fahrrad in Mallorca.